Wir sind sicher zu einem gewissen Teil asozial, aber von Montag bis Freitag sind wir die normale Durchschnittsbürger wie du, ich und der Globi vor dem Fernseher auch. Die häufigsten Vorurteile sind, dass wir alles Asis sind, ohne Jobs, Alkoholiker, Drogenabhängige und sonst irgendwelche Kriminellen. Ich würde sagen, dass es eben nicht so ist. Wir haben Sportmediziner, Anwälte. Es könnte ein Nachbar sein, es könnte ein Vorgesetzter sein oder der, der neben dir am Büro arbeitet. Hooligans sind keine Nazis. Ein Hooligan hat keine politische Einstellung. Die einzige politische Einstellung in Anführungszeichen ist sein Fussballklub. Es ist nicht so, dass Gewaltausübung extreme Freude bereitet. Es ist, glaube ich, mehr die Überwindung dieser Angst und dass man sich selber etwas dabei beweisen kann. Als Kind spielst du Räuber und Poli. Heute spielst du ein Räuber und Poli mit der Polizei, mit gegnerischen Fans. Bevor es knallt, kannst du kotzen und scheissen gleichzeitig. In dem Moment, wo es knallt, fällt es dir ab. Es ist ein pures Glücksgefühl. Ich prügele mich nicht so, weil ich mich nicht mit Wort ausdrücken kann, weil ich wahrscheinlich gar nicht hier sitze. Es ist ein Sport schlussendlich. Du willst ja niemanden schwer verletzen oder so. Es ist da ein Kräftemesser unter jungen oder mittelalten Männer. Und dann geht man wieder nach Hause und gut ist. Ich denke mal, in der Schweiz gibt es ganz klare Grenzen. Mir persönlich geht es nicht darum, etwas schwer zu verletzen. In Krakau gehen sie mit Schusswaffen aufeinander los und lauren sich mit Messer irgendwelchen Wohnorten ab. Ich sage dann auch immer, wenn etwas in diese Richtung passiert, nicht überreagieren. Diese Gewaltspirale muss sich dann nicht noch künstlich hochschaukeln. Die Faktoren für mich, die das Ganze irgendwie geil machen, den ganzen Lifestyle, ist der Zusammenhalt mit Leuten aus allen möglichen Schichten und auch Kulturkreisen. Das andere ist halt, dass gerade jetzt bei mir und ein paar anderen eine gewisse Affinität zu Mode noch herrscht, eine spezielle Art von Mode, wo man sich dann halt immer sagt, hey Jungs, auf jetzt Spielfrei, wir gehen auf Milano shoppen oder so. Also es macht für mich jetzt sicher mehr aus, dass ich durch Europa reisen kann und auch Leute aus anderen Städten von anderen Clubs kennenlernen, als dass es nur Gewalt ist. Also Gewalt ist ein Teil, aber wenn man es dann auseinand nimmt über die ganze Subkultur ist ein relativ kleiner Teil.